Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Linux Mint Tutorial. Wir haben ja letztes Mal Linux Mint 20 Cinnamon Oberfläche neben Windows 10 installiert. Und da habe ich euch erzählt, dass es beim Starten dann so einen Blue Glow da gibt von Linux Mint. Das ist dieser Grupp, den ihr hier auf dem Bild seht. Und da könnt ihr dann auswählen, welches Betriebssystem ihr starten möchtet. Ich kann mir da also einiges raussuchen. Und die erste ist dann Linux Mint. Da ist auch so ein Sternchen vor. Der würde jetzt innerhalb von 20 Sekunden, wenn ich nicht schon ein Pfeil gedrückt hätte, Linux Mint automatisch starten. Aber ich kann hier auch Windows starten und jeden Punkt hier aus diesem Menü mit den Pfeiltasten auswählen. Und ich werde jetzt einfach mal Linux Mint starten. So, jetzt fährt das hoch. Ihr seht das Logo. Und wenn ich die Escape-Taste drücke, dann seht ihr die einzelnen Schritte, die er wirklich ausführt. Und das finde ich einfach so klasse. Das ist so transparent. Auch wenn man das jetzt vielleicht nicht alles versteht. Hier weiß man, was getan wird. Wenn sich das System dann aufhängt, dann hat man wenigstens einen Ansatz. So, Linux Mint ist gestartet. Hier oben haben wir eine kleine Fehlermeldung bzw. einen Hinweis. Bitte Grafiktreiber überprüfen. Das ist jetzt hier in dem Sinne bei mir kein Fehler. Ich benutze nur eine virtuelle Maschine. Und die virtuelle Maschine hat ihren eigenen Grafiktreiber. Meine Grafikkarte selber ist eine Nvidia. Und Linux Mint unterstützt auch den proparitären, sprich den originalen Nvidia-Treiber. Aber da wir diese Fehlermeldung hier haben, können wir mal kurz diesen Button drücken. Und dann kommen wir in die Treiberverwaltung. Wir müssen uns immer legitimieren, wenn wir was installieren wollen oder irgendwelche Systemeigenschaften ändern wollen. Und hier gebe ich jetzt mein Passwort ein, was ich bei der Installation festgelegt habe. Das war ja dieses Lange von einem Buchstaben. Jetzt macht er hier nochmal kurz eine Zwischenspeicher-Aktualisierung. Jetzt liest er nochmal sämtliche Treiber. Es werden keine proparitären Treiber verwendet. In meinem Originalsystem habe ich hier allerdings meine Nvidia-Karte. Dann gehen wir hier mal raus und das ist unser Willkommens-Bildschirm. Hier sehen wir auch die Version Linux Mint 20, Cinnamon-Oberfläche 64-Bit. Mit diesem Haken können wir diesen Dialog dann ausschalten. Sonst erscheint er bei jedem Programmstart. Unter Willkommen haben wir dann erste Schritte. Das könnt ihr euch mal in Ruhe durchlesen. Da haben wir hier zum Beispiel die Schreibtischfarben, der Desktop. Hier heißt es noch Schreibtisch. Das ist wirklich alles noch in Deutsch. Den kann man hier konfigurieren. Die Farben entsprechend anpassen. Verschiedene Distributionen kommen mit verschiedenen Oberflächen daher. Ich habe mich jetzt für die Cinnamon-Oberfläche entschieden, weil ich jahrelang auch mit Windows 7 gearbeitet habe und den Wechsel jetzt erst vollzogen habe, als Windows 10 rauskam. Da bin ich ins kalte Wasser gesprungen und ich habe es nicht bereut. Hier können wir halt den Schreibtisch farblich anpassen vom Design. Dann haben wir hier die Leistenanordnung. Wir haben hier gewisse Symbole. Sowas kennt man auch vom Windows auf dem Schreibtisch, auf dem Desktop. Und hier unten haben wir nochmal unsere Symbolleiste. Und hier haben wir analog zum Windows-Symbol unser Linux-Symbol. Hier kann ich jetzt irgendetwas reinschreiben, was ich suche. Und hier habe ich meine Programme in bestimmten Kategorien schon sortiert. Und diese Programme, die wurden jetzt alle schon mit installiert. Wie gesagt, hier ein gesamtes Office-System. Das ist sofort dabei. Das könnte ich jetzt starten und damit voll arbeiten. Internetprogramme. Das habe ich euch ja im letzten Video alles gezeigt. Brauchen wir, glaube ich, jetzt erst mal nicht drauf eingehen. Hier habt ihr die Systemverwaltung. Da können wir zum Beispiel weitere Benutzer hinzufügen. Ich kann auch Datensicherheitswerkzeuge verwalten. Hier sind meine Drucker. Ich habe einen alten Canon PIXMA IP5200. Und die Druckertreiber sind hierbei. Hier haben wir eine Festplattenbelegung. Da können wir dann sehen, wie die Festplatten organisiert sind. Und hier den Group Customizer. Den habe ich allerdings nachinstalliert. Damit kann man dieses Boot-Menü editieren. Gehen wir auch hier nochmal drauf. Das sind Systemwerkzeuge. Die muss ich immer als Administrator, sprich als Root, als Superuser, wie man das auch alles benennen will, nochmal freigeben. Und hier sieht man die einzelnen Einträge, die ich jetzt hier auch bearbeiten könnte. Allgemeine Einstellungen, zum Beispiel vordefinierter Menüpunkt, welches Betriebssystem soll automatisch gestartet werden, nach welcher Zeit. Das kann man hier alles einstellen. Wenn ihr diesen Group Customizer installieren wollt, dann macht ihr das über diese Anwendungsverwaltung, aktualisieren und beenden, wobei ich wollte jetzt gar nichts aktualisieren. Dann geht ihr hier wieder drauf und das zweite Symbol, dieser grüne Punkt mit den weißen Quadraten. Das ist die Anwendungsverwaltung. Und hier würde ich jetzt einfach mal eingeben, Group. Dann werden die Paketquellen gesucht. Hier heißt das immer Paketquellen. Ein Programm besteht ja eigentlich aus verschiedensten Dateien. Und diese Dateien sind hier zusammengefasst in Paketen. Und deswegen spricht man hier von Paketquellen. Dann haben wir hier den Group. Der ist installiert. Das ist ein Haken hinter. Und diesen Group Customizer, den könnt ihr hier auch nochmal neu installieren. Hier kann ich ihn jetzt entfernen bzw. starten. Das hatte ich hier gerade schon gemacht. Jetzt kommen wir zum sehr wichtigen Tool. Das ist Timeshift. Das sind System-Schnappschüsse. In Windows würde man dazu sagen Wiederherstellungspunkte. Und da gehen wir jetzt mal drauf, indem wir hier starten. So, jetzt müsste ich mich wieder legitimieren. Und das mache ich jetzt allerdings mal nicht. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie man anders dieses Timeshift-Tool öffnet. Und zwar haben wir hier unten so ein Schild. Da sehen wir auch gleich, hier ist eine Aktualisierung, die ich noch zu machen habe. Die könnte ich jetzt auswählen und dann auf Aktualisierung installieren drücken. Ich kann hier auch schauen, ob es noch mehr Aktualisierungen gibt. Da würde er dann das System durchsuchen, im Internet gucken, gibt es irgendwelche Neuerungen. Und das Schöne ist, es werden die Aktualisierungen nicht einfach gemacht. Es wird gefragt, soll ich die jetzt machen. Und es wird mir überlassen, welche Aktualisierung ich installiere. Das kann ich hier sogar auswählen. Und wann ich das mache. Ich wollte hier eigentlich in dieses Programm System-Schnappschüsse. Das solltet ihr als erstes machen. Deswegen geht ihr hier auf Bearbeiten. Und da haben wir auch das Programm System-Schnappschüsse. Eine dritte Möglichkeit ist hier unten über unseren Button. Und dann müsst ihr hier oben Timeshift eingeben. Kann man sich vielleicht ganz gut merken. Und dann klickt ihr einfach hier drauf und dann könnt ihr auch Timeshift starten. Ich mache es am liebsten über das Schild. Und dann gehe ich auf Bearbeiten und System-Schnappschüsse. Dann habe ich hier nämlich alles zusammen. Jetzt muss ich mich legitimieren. Sprich, ich muss mein Passwort eingeben. Mein Root-Passwort. Und jetzt komme ich hier in diese Schnappschüsse. Hier wird wirklich das System abgespeichert. Es empfiehlt sich auch auf eine andere Festplatte das abzuspeichern. Aber man kann auch die interne nehmen. Nur man muss sich bewusst sein, wenn die interne kaputt ist, dann sind auch diese Daten verloren. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man das auf einer externen Festplatte hat oder auf einer zweiten Festplatte, dann kann man sich die Sachen mit einem Live-Stick wiederholen. Das ist eigentlich nicht viel Arbeit. Stick rein, booten, Timeshift starten, einen Kaffee trinken gehen und dann wird das System innerhalb, ich sage jetzt mal von einigen Minuten, wieder aufgebaut. So wie es war. Das müsst ihr am Anfang einrichten. Und dann haben wir hier die Einstellungen. Dann könnt ihr an der Stelle die Schnappschuss-Methode auswählen. Ich habe R-Sync genommen. Das ist ein Terminalbefehl. Dann müsst ihr einen Ort auswählen. Hier sehen wir die VirtualBox-Festplatte. SDA5. Diese Bezeichnung ist eigentlich ganz einfach. S steht für SATA. Also eine SATA-Festplatte. D für die Disk, also für die HD oder auch für die Festplatte. Das A ist der Laufwerksbuchstabe, wenn man das so als Windows-User sagen darf. Also das wäre die erste Festplatte A. Die zweite wäre dann B. Die dritte C und so weiter. Und diese 5, das ist eine Unterteilung der Festplatte. Ich habe ja in der VirtualBox eine Festplatte und die habe ich unterteilt. UEFI-Partition, eine Boot-Partition, eine Windows-Partition und die Linux-Partition. Und meine Linux-Partition befindet sich also auf meiner SATA-Disk A im Teilbereich 5 oder in der 5. Partition. Das File-System ist das EXT4. Das ist ein Linux-File-System und das ist sehr gut, das auch sehr große Platten verwalten kann. Windows hat sich da immer ein bisschen schwer getan mit mehr als 2 TB. Da musst du schon tricksen. Aber hiermit kann man wirklich sehr, sehr große Platten unterstützen. Und wenn das jetzt eine Windows-Festplatte wäre, dann würde vom Typ hier NTFS stehen. Also ich habe diese Festplatte ausgewählt. Ihr könntet natürlich auch hier mehrere Punkte haben und dann die entsprechende auswählen. Besser ist es immer, ihr nehmt eine externe oder eine zweite, die in eurem System eingebaut ist. Einen Zeitplan können wir festlegen. Wenn man so ein System sichert, dann ist es eigentlich fast schon übertrieben, wöchentlich zwei Sicherungen zu machen. Da reicht auch eine im Monat. Das kommt immer darauf an, wie viel ihr an eurem System herumbastelt. Oder es kann auch sein, dass ihr eure Daten mitsichern wollt. Das kommt auch gleich in einem Punkt Filter oder hier schon bei Benutzern. Da kann man dann einstellen, was für Verzeichnisse mitgesichert werden sollen. Bilder, Dokumente und was es da so alles gibt. Das ist auch an Anlehnung von Windows genauso aufgebaut. So, jetzt gehen wir mal auf diese Benutzer und hier kann ich dann verschiedene Benutzer auswählen, weitere Files oder alle Files mitgesichert werden. Ich kann euch da auch nur empfehlen, versucht euch irgendwie ein NAS aufzubauen oder einen anderen Server oder wie gesagt wenigstens eine externe Festplatte und sichert da nochmal eure Daten. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann spiegelt ihr die nochmal und dann gebt ihr die nochmal einem Freund, falls es denn brennt oder der Einbrecher die Festplatte entwendet. Und bei den Filtern können wir das nochmal spezifizieren. Was soll denn jetzt hier alles von dem Homeverzeichnis gesichert werden? Hier stehen zwei Sterne dahinter. Das bedeutet dann, es soll alles gesichert werden. Und hier noch der restliche Kram wie das Datumsformat. So, da gehen wir jetzt mal auf Bestätigen und wenn ihr das System gerade gestartet habt, dann würde ich euch empfehlen, geht einmal auf Erstellen und dann wird hier automatisch ein Schnappschuss erzeugt. Ich werde das jetzt allerdings abbrechen. Diese Schnappschüsse, die verbrauchen auch nicht unbedingt doppelt so viel Speicher, sondern es werden immer nur, das sieht man wie schnell der hier durchgeht, die Änderungen abgespeichert. Hier sehen wir ja 2020, 07.18, 19 Uhr, also es ist noch gar nicht so lange her. Deswegen kann ich den auch abbrechen. Das kann ich euch nur ans Herz legen, Wiederherstellungspunkte. Man kann sich schnell mal was zerschießen und wenn man da nicht so der Insider ist, ist es auch sehr schwierig, das wieder aufzubauen. Ansonsten hat man bei Linux immer die Möglichkeit, mit der Taste STRG, ALT und F2 in so ein Terminal hier zu kommen. Das ist dieses hier. So sieht das dann aus. Dann haben wir hier die Systemeinstellung. Da gehe ich auch nochmal drauf, auf Start. Die finden wir natürlich auch hier drunter. Und dann haben wir hier bestimmte Effekte. Die würde ich jetzt erstmal ausschalten, damit es einfach schneller läuft. Das geht alles auf die Rechenleistung. Abblendeffekte brauche ich im Moment alles nicht. Und gehen wir jetzt zurück. Hintergrundbilder können wir hier noch festlegen. Da haben wir die typischen Linux Mint Bilder. Juliana eigene Bilder. Und hier habt ihr eure eigenen Bilder. Könnt ihr es hier mal machen. Hier in so einem schönen blau. Wobei mir die Einstellung mit dem Grau eigentlich schon immer ganz gut gefällt. Deswegen gebe ich auch hier nochmal eben zurück. Rechte Maustaste. Hintergrundbild wieder ändern. Linux Mint. Und ich nehme mir mal hier dieses Fundament Logo wieder. Hier haben wir Rechner. Und ich habe hier einmal mein CD-ROM Laufwerk. Virtual Box Gast Edition ist das. Das ist eigentlich ein Programm, was schon installiert wurde. Die CD brauche ich nicht mehr. Die schmeiße ich jetzt raus. Das mache ich mit der rechten Maustaste. Auswerfen. Und wenn jetzt physikalisch eine CD im Laufwerk wäre, dann wird das Laufwerk offen. Und ihr könnt die CD rausnehmen. Ich habe sie jetzt einfach so logisch rausgeschmissen. Hier seht ihr noch zwei Festplatten. Und das Dateisystem ist euer Linux System. Da klicken wir jetzt auch mal drauf. Und dann sehen wir hier die ganzen Linux Ordner. Hier an den Seiten haben wir die Bezeichnisse. Schreibtisch. Meine Dokumente. Meine Musik. Meine Bilder. Meine Videos. Nichts ist da. Downloads haben wir auch nicht. Da ist das Dateisystem. Das ist nichts Neues. So, aber da war noch eine andere Festplatte. Und zu der kommen wir jetzt nochmal. Ich mache das zu. Und gehe nochmal einfach auf Rechner. Und diese Festplatte. Das ist jetzt euer Windows System. Hier habt ihr all eure Windows 10 Sachen. Und dann haben wir hier die Users. Also die Benutzer. Und den Default Benutzer. Und da könnte man auch hier die Daten von den einzelnen Benutzern einlesen. Die sind hier auch gar nicht mehr geschützt. Denn Linux kann da einfach drauf zugreifen. Zum Beispiel die Musikdaten. Wobei das jetzt auch leer ist. Das heißt, wenn wir mit Windows irgendwelche Dateien erstellen oder Bilder bearbeitet haben, können wir im nächsten Schritt Linux booten und damit weitermachen. So habt ihr schon mal ein Betriebssystem mit einer Grundlage von irgendwelchen anderen Daten, die schon auf der Platte liegen. Das ist jetzt nicht von vorne rein eingebunden, sondern das muss man machen. Da zeige ich euch jetzt mal, wie man mit dem Terminal arbeitet. Das sieht jetzt immer so aus, als wäre ich jetzt hier der große Hacker oder so. Aber es gibt einfach ein paar Befehle, die solltet ihr wissen. Der erste Terminal-Befehl, den ich jetzt hier mal vorstelle, ist der sogenannte List-Befehl. Eine Datei- oder Verzeichnisliste. Den gebe ich jetzt hier mal ein. Und dann seht ihr hier Bilder, Dokumente, Downloads, Musik. Das ist also das gleiche, was ich hier in meinem persönlichen Ordner habe. Um in so ein Verzeichnis hereinzukommen, gebe ich jetzt CD ein, das heißt Change Directory und gebe das Wort Bilder ein. Wobei BI würde jetzt in diesem Fall reichen. Und jetzt drücke ich mal die Tabulator-Taste und er ist so intelligent und ergänzt den restlichen Text. Und so komme ich mit Enter jetzt in das Bilderverzeichnis herein. Ich mache mal hier eine neue Datei. Es muss ja nicht im Bild sein. Neues Dokument, leeres Dokument. Und wenn ich jetzt hier draufgehe auf LS, dann sehe ich hier mein unbekanntes Dokument in Hochstrichelchen. Diese Hochstrichelchen kommen daher, weil ich hier ein Leerzeichen drin habe. Und Dateinamen haben normalerweise keine Leerzeichen. Und wenn ich diese Datei jetzt löschen möchte, dann müsste ich wählen RM, Remove, Hochkommata. Und jetzt versuche ich das nochmal mit der Tabulator-Taste. Und er hat es auch hier erkannt. Und jetzt lösche ich es. Und hier ist es sofort verschwunden. LS ist der Befehl zum Auflisten von Verzeichnissen und Dateien, die sich in diesem Ordner befinden. CD ist der Befehl, um in den entsprechenden Ordner reinzuspringen. Und RM, Remove, ist der Befehl, um etwas zu löschen. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Wenn ich jetzt hier wählen würde, RM minus R und dann noch einen Stern dahinter, dann würde er komplett alles löschen. Allerdings braucht man dafür sogenannte Route-Rechte. Das ist ein gewisses Sicherheitssystem. Aber solche Befehle, die können echt tödlich sein. Wenn ihr dann einfach im Internet mal geguckt habt, ach, gebt doch mal den und den Befehl ein. Und ihr wisst nicht genau, was es ist. Lasst lieber die Finger davon. Ansonsten, bei Ubuntu-Users gucken, sind wirklich wunderbare Befehle. Probiert sie aus und testet das. Und da kann eigentlich nicht so viel passieren. Denn ihr habt ja immer hier unten euren Timeshift und den letzten Punkt, den ihr zurückholen könnt. Spielt hier ruhig mal ein bisschen rum. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe euch das wohl wichtigste Linux Mint Programm, Timeshift, vorgestellt. Ihr habt gesehen, wo ihr eure Treiber verwalten könnt und gewisse Anpassungen vornehmen könnt. Ich habe euch einen Einblick in den Dateimanager gegeben. Und ihr habt sogar kurz das Terminal kennengelernt. Im nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie ihr eure Windows-Festplatte dauerhaft einbinden könnt, um mit euren Windows 10 Daten zu arbeiten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Und damit ihr nicht weitere Tutorials verpasst, abonniert doch diesen Kanal. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.